Spieltag Nummer 32 der 2. Fußball-Bundesliga steht an und wir tippen heute einfach mal alle Spiele. Schreib deine Tipps gerne in die Kommentare und abonniere gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir beginnen am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Hamburg-Derby. HSV gegen St. Pauli, ein eminent wichtiges Spiel, weil häufig hat das Derby zwar eine Bedeutung für die Stadt, aber jetzt sogar auch für die Tabelle. St. Pauli auf Platz 1 momentan wieder mit 63 Punkten, hat in den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 2 verloren. Der HSV ist nur auf Platz 4 mit 52 Punkten. Man hat immer noch 4 Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, auf den Relegationsplatz. Man hat es also nicht mehr in der eigenen Hand. Man muss aber zumindest versuchen zu gewinnen, damit man überhaupt noch Chancen hat, um irgendwie vielleicht noch diesen dritten Platz zu bekommen. Für St. Pauli könnte es langsam ernst werden und man könnte tatsächlich den Aufstieg schaffen. Man spielt aber im Volksparkstadion und das Ganze wird etwas schwieriger. Wäre das ganze Amillern-Tor, würde ich sagen, jo, das wird auf St. Pauli wahrscheinlich für St. Pauli ausgehen und ich würde behaupten, dass St. Pauli auch in dieser Saison die insgesamt qualitativ bessere Mannschaft ist. Die Frage ist jedoch, wie gut kann der HSV heim mit diesen Fans die PS auf die Straße bringen? Ich tippe, das wird ein richtig geiles Spiel. Ich habe richtig Bock da drauf, bin sehr gespannt und glaube, dass es am Ende irgendwie mit einem 2 zu 2 ausgeht. Parallel zum Hamburg-Derby spielt ausgerechnet Fortuna Düsseldorf heim gegen den Klub, gegen den 1. FC Nürnberg. Und was soll ich sagen? Fortuna Düsseldorf hat vor dem Unentschieden auf Schalke 6 Spiele in Folge gewonnen, ist momentan bärenstark drauf. Beim Klub trifft das genaue Gegenteil zu. Platz 13, man hat nur 37 Punkte. Man muss immer noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht ganz unten reinrutscht. Hat nämlich in den letzten 5 Spielen ein Unentschieden geholt und 4 Niederlagen. Und das waren nicht irgendwie so knappe Dinger, sondern das war auch einfach hochverdient. Haben sich ja auch von den Fans diesen ein oder anderen Anschiss schon anhören müssen, durchaus verständlich. Und da ist ja sowieso momentan alles kreuz und quer. Hacking ist mittlerweile bei den Fans komplett unten durch. Auch der Trainer wird immer mehr in Frage gestellt. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, eine qualitativ so unfassbar hochwertige Mannschaft, die so geile Spieler haben. Man hat das ja auf Schalke gesehen. In Tanaka kommt rein, der macht direkt einen Unterschied. Und ich sehe hier einfach nicht, insbesondere auch noch in der Merkur-Spiel-Arena, wie Nürnberg hier irgendeine Chance haben soll. 2 zu 0 für Fortuna Düsseldorf. Wir kommen zum Samstag, 13 Uhr und beginnen hier mit der Partie Fürth gegen Braunschweig. Für Fürth geht es um überhaupt gar nichts mehr. Die können nicht mehr nach oben rutschen, die können nicht mehr nach unten rutschen. Die spielen aber trotzdem immer noch gut auf. Das haben wir ja in Wiesbaden gesehen, wo man sich durchaus am Anfang gedacht hat, so was machen die jetzt hier? Haben sich aber nicht aufgegeben, haben Wiesbaden geschlagen. Allgemein ist man momentan auf Platz 9 mit 45 Punkten. Und ihr hört es schon, 45, ja, das ist überhaupt nicht mehr in irgendeine Richtung gefährlich beziehungsweise interessant. Haben auch einfach immer unkonstante Punkte geholt. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Da kannst du halt auch nichts holen. Auf der anderen Seite Braunschweig ist momentan auf Platz 14, hat 34 Punkte, ist also noch mittendrin im Abstieg. Da muss man immer noch aufpassen. Man hat ja letzte Woche gegen den HSV schon ein bisschen auf den Dez bekommen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Allgemein holt man aber relativ gut Punkte im Moment. Ich glaube aber, dass das in Fürth auch nicht reichen wird. Ich glaube, am Ende wird es auf einen Sieg für Fürth hinauslaufen. Da muss der BTSV großartig aufpassen, weil da kommen auf einmal ganz andere Mannschaften noch. Weil Kaiserslautern gewinnt plötzlich letzte Woche in Kiel. Wiesbaden hat jetzt eine interne Lösung, einen neuen Trainer geholt. Wer weiß, was die jetzt plötzlich machen. Ich tippe hierbei aber auf ein 2 zu 1 für die Spielvereinigung aus Fürth. Die nächste Partie ist Hansa Rostock gegen den KSC und der KSC kann ja in der Theorie immer noch irgendwie auf Platz 3 rutschen. Ja, man ist auf Platz 5. Ja, man hat nur 49 Punkte. Es ist aber noch machbar. Es sind noch 7 Punkte. Wenn Fortuna Düsseldorf jetzt in der Theorie dreimal verliert, der HSV es auch nicht schafft, dann wäre das in der Theorie halt irgendwo noch machbar. Ist es realistisch? Nö. Definitiv nicht. Glaube ich auch ehrlicherweise nicht. Aber man hat ja noch die Hoffnung und ich weiß genau, dass eine Person halt in die Kommentare ja sogar geschrieben hat, ey, die schaffen das noch. Ganz ehrlich, wenn die das schaffen, Respekt. Auf der anderen Seite Hansa Rostock nach dem Sieg von Kaiserslautern mittlerweile auf Platz 17 abgerutscht. Man hat 31 Punkte. Da ist natürlich noch alles machbar. Ich habe ja bereits gesagt, Braunschweig Platz 14, 34 Punkte. Ein Sieg auf der anderen Seite, eine Niederlage und du bist da komplett wieder raus erstmal. Man spielt zu Hause im Ostseestadion und da kann man meistens eine Macht auch nochmal sein. Das habe ich aber bereits gegen den ersten FCM im Ostduell gedacht und das hat ja gar nicht funktioniert. Gegen den KSC ist es wahrscheinlich eine Nummer zu groß und ich glaube hier, das wird irgendwie so ein dreckiges 0 zu 1 für den KSC, der sich eventuell noch weiter Hoffnung machen kann. Kommen wir zu guter Letzt zur Partie Osnabrück gegen Schalke 04 und hier habt bitte im Hinterkopf zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sehr wahrscheinlich, dass das Spiel nicht stattfinden wird. Es kann bereits sein, wenn das Video rauskommt, dass dann bereits die Bestätigung ist, dass das Spiel momentan zumindest nicht stattfinden wird, einfach weil die Bremer Brücke, ja, darf nicht gespielt werden. So, ein anderes Stadion wird nicht funktionieren. Bielefeld hat die passende Technik nicht. Man möchte auch nicht nach Schalke ausweichen, das Heimrecht tauschen, weil da sagt man Wettbewerbsverzerrung. Es wird wahrscheinlich auf einen Ausweichtermin hinauslaufen. Wir tippen das jetzt aber zur Vorsicht trotzdem mal und wir haben im Hinterkopf, Osnabrück ist Platz 18 mit 25 Punkten. Die haben 7 Punkte Rückstand auf Platz 16. Die müssen jetzt. Wenn nicht jetzt, dann sind sie weg. Schalke auf der anderen Seite, Platz Nummer 12. 37 Punkte, ein Sieg, dann hast du die 40 Punkte, dann bist du quasi sicher. Es ist also für beide ein richtig wichtiges Spiel. Schalke ist Platz 18 im Auswärtsbereich. Man hat nur zwei Siege. Zwei. Zwei Stück in der ganzen Saison. Das tut weh. Osnabrück ist halt Osnabrück in dieser Saison und muss man einfach so fair sagen, ist die wahrscheinlich schlechteste Mannschaft der zweiten Liga. Sollte das Spiel irgendwie stattfinden, dann glaube ich, kann Schalke den dritten Auswärtssieg holen. Ich denke aber halt nicht, dass das Spiel stattfinden wird. Ich tippe aber im Zweifelsfall dafür, dass es stattfindet, auf ein 1 zu 2 für Königsblau. Am Samstag um 20.30 Uhr spielt dann Kaiserslautern gegen Magdeburg und alter Vater, was ein geiles Spiel. Der erste FCM auf Platz 11, genauso wie Schalke, 37 Punkte. Das sind ja Schalke, Nürnberg und eben auch der erste FCM. Auf der anderen Seite Kaiserslautern mit diesem, ey, wir haben die plötzlich in Kiel gewonnen. Wie kann das jetzt sein? Also ich glaube, jeder hat damit gerechnet, oh ja, in Kiel vergiss es, die stehen da ganz oben. Das wird nicht klappen. Kiel ja auch vorher alle Spiele gewonnen. Und da muss man auch sagen, Kiel ja immer noch super dabei. Aber jetzt hier eben Kaiserslautern hochgerutscht, Platz 15, 33 Punkte. Ja, das sind natürlich nur zwei Punkte auf Platz 17, aber man hat es zumindest erstmal geschafft. Und jetzt kann man heim am Betzenberg richtig wichtige Big Points setzen. 20.30 Uhr Samstag ist natürlich auch eine fantastische Kulisse. Das wird mega. Ich glaube, das wird ein sehr hitziges Spiel, wobei, ähm, Friedhelm Funkel halt, ne? Also die Frage, ob da überhaupt irgendwas passiert oder ob sich Kaiserslautern die ersten 45 Minuten zumindestens mal komplett hinten rein stellt. Ich glaube, am Ende wird es eine Punkteteilung geben. Ich glaube, am Ende wird es auf ein 1 zu 1 hinauslaufen. Wir kommen zum Sonntag 13.30 Uhr und beginnen mit dem ersten goldenen Aneinanderspiel, wenn man mal ehrlich ist. Platz Nummer 6 gegen Platz Nummer 7. Da kann gar nichts mehr passieren. Beide haben keine Ambitionen mehr nach oben. Beide haben keine Ambitionen mehr nach unten. Wir reden natürlich von Hannover 96 gegen Paderborn. 46 Punkte, beide Mannschaften. Da geht es eigentlich nur noch intern darum, wer rutscht noch einen Platz höher oder wer ist einen Platz niedriger. Das kann einfach nur ein schönes kleines Fun-Spiel werden. Wenn das Wetter noch gut ist, wird das bestimmt ganz geil. Dann können da auch die ein oder anderen Fehler passieren, wenn man mal ehrlich ist, weil dann hat das nicht mehr diese Anspannung. Das ist dann relativ locker. Es ist bestimmt ein cooles Spiel, ganz ehrlich, weil es sind beides Mannschaften, die auch offensiv durchaus was hermachen. Mit 53 und 49 geschossenen Toren, 53 bei Hannover und 49 bei Paderborn. Auf der anderen Seite 39 Kassierten bei Hannover und 50 Kassierten bei Paderborn. erwarte ich da durchaus ein gutes Spiel, ein spannendes Spiel. Ich glaube, dass man im Niedersachsen-Stadion am Ende dann irgendwie das Ding holen kann. Und ich tippe hier tatsächlich auch auf ein Highscoring-Game. Ich tippe nämlich hier auf ein 3 zu 2 für Hannover. Einfach, weil es um nichts mehr geht und man einfach nur ein bisschen gut ausspielen kann. Das zweite Goldene Ananas-Spiel kommt dann direkt dahinter her. Elversberg gegen die Hertha aus Berlin und auch für die geht es um nichts mehr. Elversberg, Platz 10, 40 Punkte. Das reicht. Das wird lang, das wird nicht irgendwie nochmal knapp werden. Das passt. Auf der anderen Seite Hertha, Platz Nummer 8, 45 Punkte. Da geht auch nichts mehr nach oben, da geht auch nichts mehr nach unten. Ich glaube aber, die Hertha hat einfach einen qualitativ zu hohen Kader für Elversberg. Wobei Elversberg es sehr gut macht, Mannschaften auch im Zweifelsfall auf ihr Level runterzuziehen. Und wir haben ja bereits auch in diversen Videos gesehen, dass Elversberg gar keinen schlechten Kader hat für den Aufsteiger. Man muss sagen, wer nach 31 gespielten Spielen auf Platz 10 steht, 40 Punkte sicher, hat als Aufsteiger Hut ab. Auch wenn man natürlich andere finanzielle Mittel hat als andere Mannschaften, zum Beispiel eben Osnabrück. Aber trotzdem stark. Ich glaube hier, das wird am Ende ein 0 zu 2 für die Hertha. Wir kommen jetzt zur letzten Partie und das ist Wehen-Wiesbaden gegen Holstein-Kiel. Und das ist wiederum eine Partie, da geht es um alles. Und zwar für beide Mannschaften. Wir haben die Kieler, die stehen auf Platz 2 mit 61 Punkten. Wenn die das Ding hier holen, haben die 64 Punkte und ihr könnt es ja selber ausrechnen, dann passiert nicht mehr viel. Dann ist es schon sehr, sehr gut. Je nachdem, wie die Fortuna spielt, hat man dann den Aufstieg schon sicher. Oder man muss halt trotzdem nochmal ein Spiel gewinnen. Aber mit einem Sieg hier kannst du so viel holen. Auf der anderen Seite, Wehen-Wiesbaden haben ihren Trainer entlassen. Bedeutet, kommt da nochmal ein Trainer-Effekt. Ja, man hat eine interne Lösung gefunden. Das ist also jetzt kein Retter, der nochmal irgendwie 3 Spiele hat. Allgemein muss man ehrlicherweise auch fangen. Nach 31 Spielen und dann auch relativ mittig so. War das jetzt die beste Option? Oder hätte man das vielleicht noch eine Woche auf 2 früher machen können, um noch einen größeren Effekt zu haben? Insbesondere, wenn man mal ehrlich ist, wir spielen jetzt gegen Kiel auf einmal. Uiuiui. Also da kann ich mir ein einfaches erstes Spiel vorstellen für einen neuen Trainer. Man spielt heim. Man hat letzte Woche, ich weiß nicht, also du musst das Spiel gegen Fürth gewinnen. Ja, also du führst 2-0. Dann kommst du wieder ran und dann verlierst du es trotzdem so. Das darf dir nicht passieren. Und momentan steht man ja auch auf Platz 16 mit 32 Punkten. Man hat noch einen Punkt Vorsprung auf Rostock. Da ist natürlich noch alles drin. Ich glaube aber, Kiel ist einfach qualitativ hoch. Einfach zu hoch. Das wird nicht reichen. Wien-Wiesbaden wird auch hier verlieren. Und man muss schauen, wie das dann in den kommenden Wochen aussieht. Ich glaube hier an ein, sage ich 1-2 oder 0-2. Weißt du was? Wien-Wiesbaden macht ein Tor. 1-2 für Holstein-Kiel. Und damit Kiel so kurz. Und eventuell, je nachdem wie Düsseldorf gespielt hat, schon sicher in der 1. Liga. Jetzt bin ich aber auf deine Meinung gespannt. Was sind deine Tipps und wo schaust du die Spiele? Schreib alles gerne in die Kommentare. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Spielen.